Wie viel hast du noch? 16.000 sind hier noch. Sollte nicht allzu lange. Gerade wenn ich die ersten von euch abbauen, kommt ein Angriff. Das ist, äh, ja, schlechtes Timing und so. Aber 8 sollten auch reichen. Hier ist sowieso totaler Overkill. So, wie viel habe ich jetzt? 9. Ja, wenn das hier reicht, dann sollte es da oben auch reichen. Guti, das heißt, ich warte jetzt auf den Zug. Du kannst weg. Warte jetzt auf den Zug, entfülle den Zug wieder, bringe ihn wieder nach oben und kann dann die Ärmchen setzen, die Kisten setzen und so weiter. Wobei ich jetzt schon... Warum sind die hier so durcheinander? Wobei ich jetzt schon sehe, dass ich nicht genug Ärmchen habe. Und ich habe auch nicht genug Dingsbums dafür. Wobei doch nur nur 30 Ärmchen sollten reichen. So, Zug werde ich wieder nicht sehen können. Was für die Kristallen hier? Mist. Die werde ich auch noch haben wollen, oder? Wäre schon alles eingestellt, ja. Ja, muss ich gucken. Also eventuell bleibt diese Haltestelle doch noch eine Weile bestehen. Auch wenn ich irgendwann hier so ein Sechser-Drill hinbappen könnte, könnte ich das ganze Gold mitnehmen und Blei und Silber. Gold ist ja doch ein bisschen was an Kleinkram hier noch im Boden. Na, da muss ich schauen. So, Zug, komm her. Au, nicht, 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 nicht. So. Du, bitte fahr nach Syllas. Dahinter bitte. Ja. Kannst du auf dem Rückweg dich beladen. Das sieht sehr gut aus. Das sind auch gleich alle. Kann ich auf dem Rückweg mit einpacken. Und den kann ich das da auf jeden Fall schon mal abbauen. Diesen Kupfer vor Außenposten. Und die Türme von da mitnehmen. Nun hast du Holz drin. So. Dann kommt Syllas raus. Du hältst an. Und wir hätten jetzt gerne Ärmchen. Tonk. Bis da. Und das reicht nicht. So. Dann Kisten. Kisten. Türme. Ja. Mach mal. Vier Türme da. Vier Türme da. Die sind ein bisschen groß, die Basis geworden. Ja. Da noch welche hin. Die überlappen sich hin ja auch ein bisschen. Das passt schon. Und dann Drills. Ein Drill da. Ein Drill da. Wo gehst du? Die Ecke da fehlt. So. Und das sind die falschen Gesten. Das ist rot nach blau. Das ist rot nach blau. Du. Da. 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 Speed. Speed. Dann probiere ich mal diesen tollen Robo-Port hier aus. Zack. Ich habe nur eine Handvoll Roboter, die freigelassen werden können. Und hier kommt wieder. Das hätte ich mir irgendwie auf dem Hinweg abspeichern sollen. Du kommst rein. Du kommst rein. Du. 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 Nein, nicht du. Du. Und du. Und die auch ein bisschen größer. 2000. 2000. Eine Sandmauer wird beschädigt. Ja, gut. Ting, 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 ting. Sollte mir echt angewöhnen, zuerst den Robo-Port aufzuhören. Also Stromversorgung, Türme, Robo-Port. Und dann mit dem Blueprint das machen. Weil der Blueprint müsste drin abgespeichert haben, dass die Kisten gerne das und das hätten. So. Jetzt ist noch die Frage der Roboter. Und mehr Türme und ein paar mehr Mauern zur Sicherheit. Und dann hätten wir hier auch erstmal 350.000 oder so Kupfer. Das ist ein guter Anfang, ja. So. Du. Besser muss die Station hier oben benannt werden. Du bist jetzt Kupfer 4. Zack. Und. Oh, oh. Plus. Ja, das ist noch so ein kleiner Denkfehler. Wenn wir jetzt eine Bahn losfahren lassen und die fährt nach Eisen und lässt sie da befüllen, dann ist sie voll. Und wenn sie dann voll hierher fährt und dann hier nochmal eine halbe Minute rum eiert, ohne befüllt zu werden, weil sie halt schon voll ist, dann bringt das auch nicht wirklich viel. Das heißt, wir haben zwar wahrscheinlich später zwei Züge, die hier im Kreis fahren, aber der eine ist nur für die einen Station zuständig, die eine Haltestelle und der andere nur für die andere. Und die überholen sich dann immer wieder. Das könnte gehen, ja. Das ist ganz aber doch wieder komplizierter. Krummelkrumf. Na gut. Also zurück zu Kupfer 3.5. Kupfer 3.5 abbauen. Die Roboter von Eisen 4. Ein bisschen dezimieren, weil so viele brauchen die gar nicht mehr. Warum wechselst du mal für diese komische Waffe? Man hat sich Kohle versteckt. So. Du bist alle, alle. Warum holt ihr euch nicht raus? Kisten voll sind? Genau, weil der Zug nicht gefahren ist. Mach mal hier draus. 6.000. 6.000. Ähm. Was? Achso. Da, du. So. Müssen alle was zu tun haben. Achso. Und die dritte Dingens hier hinten. Ja, ich brauche Ärmchen. Ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Und da hat das hier eh noch eine Weile dauert zum Leermachen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, kurz zur Hauptbasis zu gehen. Und dann mache ich danach die Sachen, die ich eben aufgelistet habe. Mit Kupfer 3.5 abbauen und Roboter aussortieren und so weiter und so weiter. Weil ich war jetzt ja schon ungefähr eine halbe Stunde nicht zu Hause. Und in einer halben Stunde kann sehr viel passieren. Ein Vaktorio. Gerade was Ressourcen auf Essen angeht und dergleichen. Oder Strom. Na, Strom sieht sehr gut aus. Tappa, 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 tappa. Oh, ja, Ressourcen. Danke, 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 danke. Bau mir davon. Noch mehr Ressourcen. Jupp, jupp, jupp. Du bist langsam, du kommst mit. Du bist langsam, du kommst. Ey, komm her. So, was sagen Ressourcen? Ressourcen sagen 233.000 Eisenplatten. Und 370.000 Eisen auf Vorrat. Wie geil. Okay, okay. Kupferplatten über 100.000 ist super. 100.000 wollte ich als Puffer haben. Und 77.000 Kupfererz. Das ist, äh, okay. Sand ist natürlich am meisten, aber das ist egal. Stahl ist da. Plastik ist da. Grüne Chips sind da. Rote Chips sind da. Blaue Chips sind da. Alles ist super. Ich sollte nicht so viel zu Hause sein und rumferkeln. Anscheinend, wenn ich die Basis einfach laufen lasse, läuft es wesentlich besser. Wie schaut es hier aus? Leichtwild ist voll. Das ist, oh. Alles ist voll? Moment mal. Warum arbeitet ihr nicht? Hä? So, weil die Kiste voll ist. Ähm. Es läuft so gut, dass es schon wieder nicht gut ist, oder wie? Krass. Okay. Äh. Schnapp dir mal komische Grissel. Bauen wir mal mehr von den Dürmen. So, die letzten nicht, wegen den anderen da. Dann schmeiß wieder Leichen weg. Haben sich ja doch ein paar angesammelt. So, vor allem noch Gute dazwischen. Mhm. Ähm. Mal runter hier hin. Wie läuft das hier? Ah. Oh. Okay. Okay. Ähm. Euch ersetze ich mal. Weil ihr immer noch so ein Hotspot seid. Die nehm ich mit. Die nehm ich auf jeden Fall mit. Äh. Irgendwo noch welcher Pender. Bau die schlafenden Roboter mal, umsobald du mit dem Türmen fertig bist. Wie viele alte Roboter hab ich dabei? Da. Und 39 ist ein bisschen viel, aber... Was? Ah, ich hasse es. So. Also ich hab jetzt ein paar alte, ich hab ein paar neue. Ich hab Türme, ich hab Ressourcen. Die Ressourcen der Basis sehen super aus. Die Forschung allerdings irritiert mich ein bisschen. Woran, woran hapert's da? Keine hellblauen Tränke. Warum haben wir keine hellblauen Tränke? Weil keine grünen Ärmchen... Weil ich die grüne Ärmchenfabrik abgerissen hab, richtig? Richtig. Und weil ich mich nicht hier drum gekümmert hab. Okay. Das heißt, wir stellen das jetzt mal um. Du stellst bitte her, ab sofort, blaue Ärmchen. Und dafür brauchst du... Statt Zahnräder die gelben Ärmchen. Und mach mal das hier ein bisschen höher, damit Puffer da ist und so. So, dann machen wir aus dir bitte grüne Ärmchen. Und du brauchst nur blaue Ärmchen und grünen Chips. Das heißt, das weg, das weg, das erhöhen. Blaue Ärmchen. Mit, mit. Beschränkt seid ihr alle, richtig? Dann nimm mal die da raus, sonst werden keine hergestellt. So. Dann kommen jetzt grüne Ärmchen. So, und du stellst bitte her, weil wir die ja auch brauchen. Sehr schnelle Ärmchen. Die brauchen blau, blau, stahl. Also nix davon. Blau. Blau. Stahl. 50. 30, so. Das kann auch mit. Und die auch aus. Ja, gut. So, jetzt sollte auch die Forschung wieder laufen. Die wahrscheinlich jetzt seit über einer halben Stunde lang nichts gemacht hat, weil die Himmler und Tränke fehlen. Genau, wie schaut Holz aus? Ja, hat nicht wirklich ein Problem. Gut, alles da rein. Alles da rein. So, die müsste ich jetzt eigentlich, eigentlich einstellen. Habe ich Schienen geliefert bekommen? Nee, also baue bitte Schienen und brich das kurz ab. Die Schienen sind jetzt wichtiger. Schienen, 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 Schienen. Krumme Dinger. Krumme Dinger. Krumme Dinger habe ich zwei. Baume mal noch mehr. Krumme Dinger. Und Bausignallampen. Auch wenn es mir davor echt graut. Und jemand meinte, beziehungsweise mehrere Leute meinten schon in den Kommentaren, dass wenn ich Stationen gleich benenne, dass dann der Zug versucht, die Stationen anzufahren, die er anfahren kann. Das erkläre ich gleich. Und das hat echt nicht lange dauert. Ja, Research. Was ich damit sage ist, wir nennen diese Station jetzt auch Home. Und die heißt ja eh schon Home. Dann machen wir hier Lämpchen hin. Wenn das Lämpchen sagt, Achtung, anfahrender Zug, hier ist bereits ein Zug, dann sieht der anfahrende Zug das und fährt dann zu dem anderen Home, das frei ist. Weil sonst habe ich ein Problem, was die Züge angeht. Außer ich sage wirklich, dem Zug du hältst nur ein S und dem anderen Zug du hältst nur ein N. Das sollte dann auch gehen. Aber erst ein bisschen wir jetzt verbinden. Also ich hätte gerne nicht da eine Verbindung, sondern eher hier so. Das müssten wir denn so regeln, richtig? Ach, okay. Schräg. So irgendwie. Dann da hin. Richtig? Sieht ein bisschen komisch aus. Klick. Ja, 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 doch, das sieht gut aus. Äh, die Frage ist nur dann, wo gleich die Signalleuchten hin, aber, ähm, ja. So, das Ganze jetzt nochmal gespiegelt. Da. Machen wir die Schienen nach der Augen. 50 blaue Roboter. Warum habe ich... So. Oh, das war richtig. So. Genau. Lampen. Ähm. Wenn ich das richtig verstanden habe. Hä? Nein. Ich hab's nochmal nicht richtig verstanden. Äh. Bis zum certeza.